So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Und erstmal muss ich das Kanal-Maskottchen einblenden, dann muss ich kurz überlegen, was ich eigentlich sagen will. Muss mal kurz... Seit der Nacht habe ich nämlich mega Halsschmerzen kratzen, das ist einfach total... Trotzdem habe ich mich vorhin versucht durch den Stream zu kämpfen. Wir haben nochmal ein bisschen zusammengesessen und es kam immer im Stream die Frage auf, Ramses, warum wurdest du denn eigentlich gebannt? Ramses, was ist denn eigentlich passiert? Und es gibt natürlich Leute, die verfolgen einen und haben das gar nicht mitgekriegt. Dann gibt es Leute, die sind jetzt ganz neu auf einen aufmerksam geworden. Dann gibt es die Leute, die einen verfolgen und die ganze Zeit sich gewünscht haben, dass es endlich passiert. Und was ist denn die Antwort darauf? Warum wurde dein Account gesperrt? Ich bin schuld. Das ist so. Das ist auch kein Rumgeheule oder sonst was. Ich kann es ja trotzdem traurig finden, dass es jetzt so ist. Trotzdem heule ich nicht rum. Ich wollte mit meinem Video informieren, dass meine Freunde Bescheid wissen, dass es den Account nicht mehr gibt. Ich bin schuld. Das muss mir an sich auch kein anderer sagen. Diese Kommentare dann von vermeintlichen Freunden, die dann sagen, tja, selber schuld, ich sage dazu nichts mehr. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Fühlt sich irgendwie total komisch an. Vor allem, wenn die Leute selber auch spoofen. Wenn die selber auch nicht legit spielen. Wenn sie selber deine Dienste in Anspruch genommen haben. Wenn sie selber immer wieder auf deine Hilfe angewiesen waren. Wenn du ständig eigentlich denen von Nutzen warst. Dass dann das die Ersten sind, die sagen, tja, selber schuld, ich sage dazu nichts mehr. Und eine kurze Zeit später sie dann auch aber einen Bann gekriegt haben. Jetzt. Wie ich dann auch mitgekriegt habe. Oder halt andere. Und ich verstehe das ganze Problem nicht. Ich bin schuld. Das weiß ich. Das ist so. Das ist... Da braucht man auch nicht sagen hier an der Yendik, das gehört sich nicht. Was soll das? Das machen die schon richtig. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist mal dahingestellt. Ich verstehe das immer noch nicht, was jetzt hier das für einen Zweck hat. Weil sie ja immer wieder betonen, faires Spielerlebnis. Jeder soll die gleichen Chancen haben. Pokémon Go war schon immer ein Spiel, was unfair war. Du wurdest schon immer bei Pokémon Go theoretisch vernachlässigt. Benachteiligt. Und andere wurden bevorzugt. Das ist automatisch so, seitdem es das Spiel gibt. Es war noch nie fair. Und irgendwie... Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Hätte man aber die Möglichkeit durch Spoofen zum Beispiel... Für alle ein gleiches Spielerlebnis zu schaffen. Weil wenn jeder die Möglichkeit hat, am gleichen Ort zu spielen... Dann hat ja jeder auch die gleichen Chancen. Dann hat jeder das gleiche Spielbrett sozusagen. Die gleiche Ausrüstung hin und her. Es ist kein faires Spielerlebnis, wenn ich da bin und die sind da. Na, Jendi kann jetzt nichts dazu, wo ihr wohnt oder so. Aber es ist halt trotzdem immer wieder ein Unterschied und jeder erlebt das anders. Und viele verlieren schnell die Lust dran. Deswegen war ich immer einer, der gesagt hat, mir ist doch egal, wie jemand spielt. Hauptsache, man spielt überhaupt. Denn was wäre ein Spiel ohne Mitspieler? Wenn es keine Mitspieler gibt, weil keiner mehr das spielt, dann gibt es das Spiel auch nicht mehr. Aber das ist manchen Leuten wohl leider nicht bewusst. Was war jetzt aber der Grund? Warum wurde ich gesperrt? Manche sagen einfach, naja, ist doch klar, er hat gespooft. Fertig. Ich würde sagen, der Grund, warum ich gesperrt wurde, war, ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Ich bin immer gieriger geworden. Ich hatte Ziele. Die Ziele, die wurden eigentlich immer erreicht. Ich habe immer alles gegeben. Ich wollte immer alles überhaupt. Und das hat sich total entwickelt im Laufe der Jahre so sehr, dass man dann an dem Punkt war, dass man gefühlt auf nichts mehr verzichten wollte. Und dass man einfach alles mitnehmen wollte. Aber nicht um Vorteile gegenüber anderen zu haben, sondern einfach, weil ich das wollte. Weil ich gerne mein Geld ausgegeben habe für mein Hobby. Aber es war ja nicht mal mein Hobby. Das war gefühlt ja mein ganzes Leben. Also wenn ihr mal rumfragt, es gab seit 2016 keinen einzigen Tag, wo ich nicht Pokémon Go gezockt habe. Damals habe ich nicht gespooft oder irgendwas. Selbst wenn man irgendwo unterwegs ist oder so. Man sitzt im Kino, die Trailer laufen gerade noch durch. Da bin ich immer kurz noch in die App rein und habe noch schnell irgendwas abgeholt oder gemacht. Oder meine Mutter kam jeden Abend an. Hast du deine Geschenke heute schon gemacht? Ich habe mir sogar einen Wecker gestellt. Und mir hat jedes Mal abends 22 Uhr der Wecker geklingelt. Die Uhr als Erinnerung. Damit ich weiß, ah, ich darf die Geschenke nicht vergessen. Ich muss jeden Abend meine Geschenke öffnen. Ich muss jeden Tag meine Geschenke verschicken. Das war für mich immer das Highlight am Abend noch. Meine Geschenke zu öffnen, Interaktion zu machen, zu gucken. Wer wird lucky, wer wird nicht lucky. Selbst wenn du im Urlaub warst, das war wichtig. Selbst wenn du Besuch hattest, das war wichtig. An Weihnachten, Silvester, das war wichtig. Du musstest immer gucken, dass du dein Zeug noch machst. Man könnte schon sagen, das ist wie eine kleine Sucht gewesen. Aber mir hat das geholfen. Mir ging es damit gut. Ich war abgelenkt. Ich hatte zu tun. Ich bin da rausgekommen aus was, wo ich drin war. Und selbst als Natur, Urin und Flatti da waren und wir sind gewandert und wir waren im Wald irgendwo und haben dann da übernachtet und die zwei haben schon geschlafen. Und das war kurz vor zwölf. Da hole ich das Handy raus. Und dann hole ich das Ersatzhandy raus, mit dem man es spoofen kann. Und obwohl wir am Arsch der Welt waren, habe ich mir noch laut unserem Arenaplan in Hibu, den wir damals hatten, meine Arenen gesucht, wo ich laut Arenaplan sitzen darf. Und habe mich da noch reingesetzt und habe meine Interaktion mit den anderen gemacht. Das war mir immer wichtig, dass ich jeden Tag meine Arenen setze, niemanden rauswerf sinnlos, weil ich immer nur da sitze, wo ich sitzen darf. Weil wir einen Arenaplan haben, der immer gewechselt hat. Aber wir haben halt keine Mitspieler mehr. Keine Mitspieler mehr. Das heißt, ich setze mich in die Arena, muss mich am nächsten Tag selber mit einem anderen Account wieder raushauen. Und darf mich dann wieder setzen und haue mich dann wieder selber raus. Wen hat das denn gestört? Wen hat das denn geschadet? Ich habe halt meine 50 Münzen bekommen durch meine Arena täglich. Okay. Ich habe meine Raids gemacht. Okay. Ich habe versucht, alles immer direkt zu haben, zu vervollständigen. Ich wollte immer jedes Pokémon in männlich-weiblich für den Gender-Decks. Ich wollte jedes Pokémon in Lucky für den Lucky-Decks. Ich habe Familien gesammelt. Shiny-Familien. Alles auf der Hand. Hunderter Familien. Alles auf der Hand. Nicht um damit anzugeben, einfach um es zu kompletieren, weil ich da immer so perfektionistisch veranlagt bin und möchte, das alles haben. Warum wurde ich gesperrt? Weil ich zu gierig war. Ich war zu gierig. Ich wollte zu viel. Und dann wirst du leichtsinnig. Dann kennst du keine Grenzen mehr. Aber gefühlt machst du das immer nur für dich. Und ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wieso das für jemanden ein Problem ist. Also da kommen ja auch Kommentare, habe ich gesehen. Manche Leute haben geschrieben dann auch, ja, ich habe schon lange geguckt und habe nur darauf gewartet, dass der Permabahn endlich kommt. Und endlich, endlich ist es soweit. Und ach, mein Leben hat wieder einen Sinn. Kann ich nicht nachvollziehen, wieso derjenige, wenn er selber Pokémon Go spielt, möchte, dass andere Spieler nicht mehr spielen. Ist dadurch sein Account dann besser? Hat er dann dadurch bessere Pokémon? Leidet sein Spielerlebnis darunter? Wenn ich rausgehe am Sea Day und laufe rum und fange drei, vier, fünf Shinies, dann fange ich drei, vier, fünf Shinies. Es ist doch vollkommen egal, ob irgendjemand dann in New York spielt und fängt 50 Shinies in den drei Stunden. Das machen Leute auch, die nichts boofen, die dort leben, weil es dort einfach so abgeht. Ist man dann auch neidisch darauf und sagt, ja, die wohnen in New York und die haben so viele Shinies immer in den Sea Days und ich kriege immer nur drei Stück oder so in den drei Stunden. Wenn das bei dir so ist, dann ist das bei dir so, dann ist es freudig doch einfach, dass du es überhaupt bekommen hast. Ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, warum Menschen so gehässig sind, gehässig sein können, so eklig, so nichts gönnen, keine Ahnung, immer sich mit allen anderen vergleichen wollen und tun. Spiel doch einfach für euch. Ich habe theoretisch auch für mich gespielt. Nur habe ich gezeigt, wenn ich für mich gespielt habe, was ich gemacht habe, wenn ich ein Hunderter legendäres wollte. Und du konntest vor Ort eben nicht so viele Raids machen, weil du keine Mitspieler hast. Du konntest nicht über Fan-Raids irgendwie was machen, weil das haben sie ja begrenzt dann auf einmal. Das ging eben nicht mehr. Und dann hast du das halt auch wieder genutzt. Dass du eine Raid-Stunde dann vielleicht abends in New York gespielt hast oder so und hast in Ruhe einfach deine Raids gemacht, wo die Lobbys immer voll sind, wo du einfach einen Raid nach dem anderen gemacht hast, Geld reingeputtert hast, auf der Suche warst, es war spannend für dich, du hast gerne Geld da reingesteckt, du hattest ein Ziel, die XL waren schon voll, du wolltest das Hunderter, du machst 600 Raids, du machst 700 Raids, du machst 800 Raids. Und dann hast du dein Hunderter und das ziehst du hoch und dann fühlst du dich, jetzt habe ich es, mein Ziel ist erreicht. Dann lässt man es ruhig angehen und dann, wenn ein Pokémon kommt, was einen richtig interessiert, da macht man auch wieder einen Hundo-Hunt. Und man hat was zu tun, man hat Stress, es ist zeitaufwendig und alles. Es gibt die Spieler, ja, die machen halt ein, zwei Raids von dem Ding, dann haben sie es im Pokédex und dann ist es okay. Die muss es geben, die darf es geben. Es ist doch okay. Ich sehe jetzt aber nicht, warum das jetzt so schlimm ist, wenn ich für mich mir meine eigene Sammlung aufbaue und mir da was zusammenschuster und da voll rein cash und mache. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das hat halt alles so ein komisches, dass in manchen Städten, manche Leute, zu Spoofen anfangen, um andere zu ärgern und dann heißt es gleich, alle Spoofer sind doof. Das ist halt, gibt es leider, aber die sind ja sowieso Idioten. Bei uns gab es auch Idioten, die wussten noch nicht, wie man Spooft und sind auch einfach immer nur mit dem Auto zur Arena gefahren, um dich direkt wieder rauszuhauen, wenn du dich reingesetzt hast. Selbst ohne Spoofen waren das Idioten und haben dich geärgert und haben dich irgendwie einfach nur, ne? Also Idioten sind Idioten, aber nicht jeder Spoofer ist ein Idiot. Durch das Spoofen wird es den Idioten natürlich leichter, dich zu ärgern. Ich kann nicht, alles nachvollziehen. Aber ich kann nicht nachvollziehen, so gehässige Kommentare da und so Leute, die halt gefühlt nichts im Leben haben, außer im Netz irgendwie auf alles zu gucken, wo kann ich jemanden jetzt eins reinwirken, denn dann geht es mir erst gut. Das kann ich nicht nachvollziehen. Nochmal ganz kurz auch zusammengefasst, wie war denn überhaupt mein Werdegang? Ich habe angefangen damals zu spielen, ich habe Leute getroffen bei mir in der Stadt, ich habe eine Gruppe gemacht, wir haben zusammengespielt, die C-Days zusammen, wir haben Raid-Touren gemacht, wir sind rumgefahren mit dem Auto von Raid zu Raid, von Stadt zu Stadt, das hat Spaß gemacht. Keine Frage, das war richtig cool. Dieses Feeling hast du einfach nie wieder gehabt. Aber nicht, weil man ja gespooft hat und Spoofen ist doof, weil man dann das Feeling nicht mehr hat. Ohne das Spoofen hätte ich schon gar nicht mehr gespielt dann. weil es gar keine Möglichkeit gegeben hätte, weiter zu spielen. Ich habe das bestimmt schon hunderttausend Mal erzählt. Wir hatten eine Community, das hat alles gepasst, wir haben damit sogar mit Maps gearbeitet, wir haben mit Bots gearbeitet, Karlsruhe, Robert 100er, hier, Huljan, Hong, München. Keiner hat eine Hehl draus gemacht. Es gab Maps, es gab Bots, der wurde angezeigt, wo sitzt ein 100er, die haben Purchase gemacht, wir haben auch Purchase gemacht. Wir hatten damals auch den Mapbetreiber von München, da den Philipp angefragt, ob der eine Map machen kann für das nächste Event zum Jahreswechsel hin, dass du einen Bot kriegst, der dir in WhatsApp dann sagt, beim Kindergarten sitzt jetzt noch 13 Minuten halt ein 100er Pikachu mit Weihnachtsmütze. Und dann bist du halt das Wochenende rumgefahren und hast dir die 100er gesammelt und bist da über Zäune geklettert und hast sonst was gemacht. Das hat Hong gemacht, live, das hat dann immer so Späßchen gemacht auch. Oh, zum Glück war das Tor auf und wir mussten nicht drüber klettern. Das haben die gemacht, das haben wir gemacht, das war doch toll. Ist aber alles gegen die Nutzungsbedingungen. Wenn du danach gehst, jeder, der das gemacht hat, hat die Nutzungsbedingungen verletzt, hätte gesperrt werden müssen. Dann was war, als die Community zerbrochen ist? Die Community ist zerbrochen, keiner hat mehr gespielt, keiner ist mehr rausgegangen, die meisten haben die App gelöscht, für die meisten war es langweilig, du standst da, da sind nicht mehr 20 Mann am Raid gewesen, die den Raid gemacht haben, da stand plötzlich nur noch 5 Mann am Raid, da waren die Pokémon noch nicht so gut, dann hieß es, ja warte, ich habe mir noch einen Account gemacht, ich nehme den noch mit dazu. Plötzlich standet ihr dort mit 20 Accounts, aber nur 10 Mann, weil jeder von denen hatte noch einen 2. Account. Jetzt sind es aber noch weniger Leute geworden, dann standet ihr dort mit 5 Mann. So war das eben schon. Egal, ihr standet dann dort mit 5 Mann und jeder von den 5 Mann hat 3 Accounts gehabt und dann habt ihr immer noch Raid-Touren gemacht, wo ihr im Auto gesessen habt und jeder hat 3, 4 Handys auf dem Schoß gehabt. Auch das verstößt gegen die Nutzungsbedingungen und gegen die Community-Richtlinien. Jeder Spieler darf nur ein Account haben, ein 2. Account ist verboten und kann zur Account-Sperrung führen. Nicht nur für den 2. Account, auch für den Haupt-Account. Das heißt, die Leute haben schon immer gegen Nandex-Richtlinien verstoßen mit ihren Maps und ihren Bots und ihrem Multi-Accounting und dem Account-Sharing. Kommt ja auch noch dazu, als dann X-Rates waren. Ja, ich wurde eingeladen, X-Ray, 13 Uhr, kann ich nicht, bin auf Arbeit. Digga. Digga, was ist los, Digga? Okay, kannst du meinen Account mitnehmen, Ramses, ne? Ja, gib mir halt die Daten, ich habe ja noch ein Handy frei, ich logge mich auf deinem Account ein und spiele für dich den X-Rate mit und ich spiele auch. Account-Sharing ist verboten, ist gegen die Nutzungsbedingungen. Haben so viele Leute schon gemacht. 2. Account, so viele Leute. Maps, so viele Leute. Alles, so viele Leute. Ja, und was ist dann gewesen? Irgendwann hat es auch keinen Bock mehr gemacht, mit 10 Handys am Raid zu stehen, alleine. Immerzu da, da ein bisschen was aufladen, da ein bisschen was aufladen, da Ladekabel angestöpselt, Powerbank, halber wirkt, jeder hat geklotzt, wie rennt der denn rum? Dann kam die Community. Dann kamen die Fan-Raids. Das war das Beste. Fan-Raids. Du brauchtest doch gar nicht mehr Spoof und gar nichts machen, du brauchst es gar nichts, du konntest raten, du hattest Spaß, das war toll, auch wenn du alleine am Raid stehst und niemand da ist, du aber 10 Leute einladen konntest, die verteilt sind auf der Welt in ihren einzelnen Städten, hattest du das Gefühl von, du bist nicht mehr alleine, ihr raidet zusammen. und dann hast du gesagt, wenn ihr einen habt, ladet mich ein und das war cool, das war genial. Andere Leute jetzt, die sich drüber lustig machen, dass man gesperrt wurde oder so, haben damals schon gesagt, hä, warum denn Fan-Raid, geh doch einfach New York oder so und spiel doch dort, dann sind die Lobbys immer voll, da habe ich gesagt, kann ich machen, könnte ich machen, möchte ich aber nicht, ich will ja nicht für mich alleine nur spielen, ich will ja trotzdem zusammen mit anderen Leuten spielen und jeder, der länger dabei ist, kann sich erinnern, in der Raid-Gruppe, was habe ich jeden Tag rumgejammert, hat jemand ein Raid, hat jemand ein Raid, hat jemand ein Raid, wenn ein Boss dabei war, den ich als 100%iges haben wollte, ich habe jede Einladung angenommen, egal wann ich zum Raid eingeladen wurde, wenn ich das gesehen habe, ich habe das immer angenommen, ich habe jeden Raid, den ich gesehen habe, in die Raid-Gruppe gepostet, ich habe euch mitgenommen, ihr habt mich mitgenommen, wir haben geradet bis zum Umfallen, da sind tausende Euro rausgeflogen, einfach nur zum Raiden, aber es hat Spaß gemacht und das war Geld, was man für sein Hobby ausgegeben hat, ich habe euch eingeladen, ihr mich eingeladen, die Raid-Gruppe war da, wir haben zusammen gespielt, wir hatten wieder ein Gefühl von, dass man einfach ein Spiel hat, was man mit einer Community zusammen spielen kann, Na Yendik begrenzt das Ganze, Na Yendik nimmt euch das wieder weg, Na Yendik nimmt es mir weg, Na Yendik macht es teuer, ich stehe beim Raid und was ist passiert, viel mehr Leute haben dann angefangen auch zu spufen, weil sie gesagt haben, der Fan-Raid ist mir zu teuer, den kann ich nicht kaufen, den habe ich nicht, aber um meinen täglichen Pass wegzumachen, teleportiere ich mich zu dir, guck doch mal an, wenn ein Top-Raid war, ich stand beim Top-Raid vor der Arena, alleine, aber die Lobby war voll, weil der Rest sich hin teleportiert hat, da sind es im Teil auch Leute aus Sibu gewesen, die zu faul waren, einfach 5 Meter zu laufen, aber der größte Teil waren Leute, die aus anderen Städten kamen von viel weiter weg, die extra dorthin sind und haben gegen die Richtlinien verstoßen, um mich zu unterstützen, um mir zu helfen, wie war es denn mit Leuten, die sagen, sie raiden nur in einer Stadt, sie können nirgendwo anders raiden, sie raiden nur da, wegen den, wegen den, Arena-Odden, was haben wir uns zusammengeschlossen und haben Raidtouren gemacht, der Dortmunder Raidbus, wenn er in das was sagt, da waren vor Ort, sagen wir mal, vielleicht 3 Personen, aber die Lobby voll mit 16 Mann, weil der Rest ist da hingegangen, hat demjenigen unterstützt und wir haben zusammen eine Raidtour gemacht, weil wir das so konnten, durch eben das Buven, wem schade das denn, derjenige hat sich gefreut, der vor Ort seine Pässe verbrauchen kann und wir helfen können, das war toll, das war, das hat die App am Leben erhalten, das hat gepasst, das wollte man so haben und so weiterführen, aber ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin zu gierig geworden, denn als es dann wirklich so war, du postest den Community Raid, früher 10 Leute haben sich eingetragen, du hast sie mitgenommen, jetzt du postest den Community Raid und es tragen sich 3 Leute ein, die du einladen sollst, trotzdem sind 5 andere vor Ort, weil sie sich hin teleportieren und machen mit, um dir zu helfen, okay, aber irgendwann stehst du halt da, an dem Punkt, dann trägt sich keiner ein und du denkst, hm, ich möchte doch diesen Boss raiden, ich suche das 100er, ich will Raids machen, ich poste jeden Raid, aber es trägt sich keiner mehr ein, weil, die haben ihre 5 Fan Raids schon erreicht oder es ist einfach zu teuer oder es ist einfach zu teuer oder es kann halt keiner mehr, aber ich wollte mehr, ich wollte mehr und so habe ich gerade, als die Reduzierung wieder angefangen hat, auf 5, begonnen, meine Raid Stunden dann abends auch in New York einfach nochmal zu spielen, das kann ich jetzt offen ehrlich sagen, nachdem wir schon alles durch hatten, Multi-Accounting, Account-Sharing, Bodding, Mobbing, Mapping, alles, ja, Spooven, klar, immer, denn in der Raid Stunde allgemein haben wir ja die Raid Mania gemacht, dass ihr mich eingeladen habt, zu euren Raids, ich euch helfe, da konnte ich selber ja nicht spielen, aber ich habe mir dann gerne das Recht rausgenommen, abends nach dem Wrestling nochmal von 0 Uhr bis 1 Uhr im Central Park gerne die Raid Stunde nochmal zu spielen, mir eine Mega-Entwicklung anzumachen und dann halt 20, 30 Raids am Stück zu machen, um XL Bonbons zu sammeln, um den Hunderter vielleicht zu kriegen, von diesem legendären Raid Boss, den ich dann endlich irgendwann in den Händen halte, den ich dann maxen kann, den ich in meiner Sammlung habe, der vielleicht nicht mal gut ist, man den nie benutzen wird, niemals mit dem kämpfen wird oder irgendwas, aber den ich abgehakt habe auf meiner Liste, den habe ich als Hunderter, den habe ich als Hunderter, den habe ich als Hunderter. Das hat Spaß gemacht, das war toll, das war kostspielig, aber es hat einen Erfüll, sagen die Leute, ist unfair, bann den, der muss weg, das wollen wir hier nicht sehen. Warum stört es die Leute? Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich war immer einer, der rausgegangen ist, wenn er rausgehen konnte, ich war immer einer, der vor Ort war. Warum mache ich denn Videos und stelle mich hin, wenn ich ein Ticket habe von der Forschung, dass ich rausgehe und filme die Forschung ab und zeige die vor Ort und spiele die so? Warum renne ich denn jeden C-Day raus und streame den C-Day live von unterwegs? Ich könnte zu Hause sitzen und könnte auf dem Sofa spielen, aber ich gehe trotzdem raus, ich gehe zum Raid Boss Wechsel immer raus, wenn Besuch da ist, gehe ich mit dem Besuch immer raus, zusammen spielen, das ist mir immer noch wichtig. Warum denn, wenn ein Go-Fest war, bin ich extra nach Berlin gefahren, bin extra nach Dortmund gefahren? Weil ich trotzdem das Spiel geliebt habe, weil ich trotzdem Bock auf das Game hatte, aber die Sachen, wo du nicht hinkonntest, wenn halt dann mal eine Safari ist in Taipei, dann bist du gierig geworden, dann hast du gedacht, hm, da kommst du nicht hin, das wird nichts, aber du möchtest trotzdem ein Ticket haben, du möchtest trotzdem spielen, du möchtest alles mitnehmen und da ist man zu gierig geworden. Das gebe ich auch zu, das ist der Fehler. Dass man einfach nicht den Hals vollkriegen konnte, weil man dann an dem Punkt war, dass man gefühlt alle Shinies hatte, dass man alle Luckies hatte und immer wenn ein neues Event war, ein neues Pokémon eingeführt wurde, hast du einfach gesagt, okay, ich sammle jetzt hier 100 Stück von dem aus der Community, so viele Leute haben gesagt, ich sammle auch für dich und dann hat man abends halt eine Trade-Session gemacht. Ich habe niemanden, mit dem ich tauschen kann. Musste man auch wieder spoofen. Entweder ist der Tauschpartner zu mir gespooft oder ich bin zum Tauschpartner gespooft. Wir konnten aber dann unsere 100 Pokémon, die wir gefangen haben, miteinander tauschen, so wie man ja eigentlich tauschen soll. Also man soll vor Ort tauschen, aber wenn man halt vor Ort niemanden hat, die haben dort keinen, ich habe hier keinen, man konnte das trotzdem nutzen und machen und das war doch schön, das hat doch gepasst. Du konntest einfach spielen und hattest einfach Spaß und ihr nehmt diesem Spiel den Spaß. Ihr, die euch da einmal in der Woche einloggt und mal kurz einen Stop dreht und sonst mit der App nichts zu tun habt, ihr schießt gegen Leute, für die das eine Leidenschaft ist und die alles mitnehmen wollen. Wenn es möglich war, bin ich überall hin. Ich war auf diversen Safaris vor Ort, ich war bei jedem Go-Fest vor Ort, wenn es möglich war. Dann kam das mit London. London ist eine Drecksstadt, sage ich immer noch. Dann kam das mit der Geburt von meinem Sohn. Da konntest du nicht hin. Trotzdem hast du dir ein London-Ticket geholt und dann hast du eben auch das Go-Face London gespielt, weil du eben das mitnehmen wolltest. Nicht, weil ich besser sein will als jemand anderes. Nein, weil ich einfach Bock hatte auf das Game, weil ich einfach spielen wollte und weil es mir das wert war, Geld dafür auszugeben. Ist das jetzt wirklich so schlimm? Ist man dadurch ein schlechter Mensch? Wir machen regelmäßig weiter in unser Format Raids für Zuschauer, wo Leute, die niemanden haben, zu Raids geführt werden, die eingeladen werden, damit sie einen Boss besiegen können, den sie sonst nicht schaffen würden. Das machen wir, um zu helfen. Dabei spooft man aber auch. Dann nimmt man sich einen kleinen Account, dann nimmt man halt eine App, dann sucht man sich einen Raid und dann näht man zehn Leute da ein und dann sitzt man hier und macht das. Gibt es Leute, die sagen, brauchst du nicht, gib doch andere Apps, wo man Fan-Raids machen kann. Hast du aber keinen Ansprechpartner direkt. Bist du nicht live direkt dabei und fühlst dich irgendwie, als wärst du in einer Gruppe und wärst auch dabei. Das ist alles so unpersönlich. Deswegen. Das schadet doch niemandem. Aber es wird nur gehatet. So, und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Das ist der Werdegang eigentlich gewesen. Ja, man hat früher alles gemacht. Dann war die Community weg. Es gab keine Purchase mehr, was ja falsch war sowieso. Dann standest du mit sechs Accounts immer am Raid, was ja falsch war und verboten ist. Dann habt ihr das über Fan-Raids gemacht. Das war die beste Zeit sowieso. Da wurde so viel geradet und so viele tolle Leute dabei. Das hat Niantic wieder weggenommen und kaputt gemacht. Und das wirkt dann auf mich so, wie Niantic steuert es eigentlich nur, dass man vor Ort mit grünen Raid-Pässen raidet und die zu günstig sind. Niantic möchte, dass ihr über Fan-Raids raidet, weil die halt teurer sind und sie damit mehr Umsatz macht. Meine Meinung hat auch nichts mit fairen Spielerlebnis zu tun und mit, dass jeder die gleichen Chancen haben soll. Wenn jeder die gleichen Chancen haben sollen, kann, könnte, tut, dann müsste ja jeder spufen dürfen, damit jeder selbst entscheidet, wo er spielt und wie er spielt und was er spielt und dann gibt es keine Nachteile. Das klingt total perplex, ich weiß, aber trotzdem. Das Video wollte ich machen, weil viele halt gefragt haben, auch heute nochmal, wieso wurdest du denn gebant oder was ist denn gewesen? Ja, ich habe gespooft. Ja, ich war zu gierig. Ja, ich bin selber schuld. Als die Fan-Raid-Pässen weggefallen sind, habe ich nicht mehr mit meinen Freunden so raiden können. Dann habe ich halt wieder meine Raid-Stunden dann abends gespielt und in Ruhe geradet, weil ich hier niemanden habe, weil ich auch nicht möchte, dass jeder jeden Tag immerzu einen Fan-Raid-Pass ausgibt, nur um mir zu helfen, weil das einfach schweineteuer war. Vorher hat es Spaß gemacht, vorher war das cool, dann halt nicht mehr. Guckt euch doch an, diese Gleichberechtigung. Ist doch jetzt, wie wenn so ein Forschungstag kommt, genau dasselbe Ding. Während der Corona-Phase, Forschungstag, zehn Seiten Forschung, die arbeitet man ab und jeder hat die gleiche Anzahl an Encountern und Möglichkeiten, was bei rauskommt. Jetzt heißt es wieder, wir machen keine, wir machen keinen Forschungstops, sondern ihr dreht Stops und wieder hast du die Leute, die wohnen dort mit 100 Stops, die anderen wohnen dort mit 3 Stops. Wo ist denn das ein faires Spielverhältnis für jeden? Ist das fair, dass die von Anfang an eigentlich den gar nicht zocken, brauchen den Tag, weil eigentlich da nichts bei rumkommt. Und die meisten spufen ja dann trotzdem und gehen dorthin, wo viel los ist. Und das finde ich nicht schlimm, weil wenn gefühlt jeder dort spielt und der restliche Haufen auch noch dort spielt, so dass jeder die gleiche Möglichkeit hat und die gleichen Chancen, dann ist das doch gut. Wie kann denn das was Schlechtes sein? Und wer bei sich zu Hause sitzt und im Nachbarblock sind Leute, die Pokémon zocken und ein Haus weiter und ihr kennt euch. Ich glaube nicht, dass die Armen zusammensitzen und sagen, komm, wir gehen alle nach Saragossa, wir gehen alle nach New York. Die werden sicherlich rausgehen am CD und zusammen rumlaufen. Weiterhin. Aber die Leute, die keine Chance hatten, überhaupt dann zu zocken, außer wenn sie spufen, die möchten Niantic nicht, die sollen weg und das sind halt nun mal viele Leute. Es hat nicht jeder eine riesen Community, es hat nicht jeder die Möglichkeiten, aber durch Spufen hätte jeder die Möglichkeit, eben das gleiche Erlebnis zu haben. So. Ich finde es nicht schlimm, jeder sollte so spielen, wie er will. Es ist am wichtigsten, meiner Meinung nach, dass überhaupt gespielt wird. Denn ohne Spieler gibt es kein Spiel. Irgendwann sind die Server dicht und dann sagen sie, ja, wir können es uns nicht mehr leisten, das aufrecht zu erhalten, die Kosten sind so hoch, die Einnahmen gehen immer mehr rein oder so und das wird nichts mehr. Ja, weil ihr die aktiven Leute alle rausschmeißt. Weil ihr die heftigen Leute rausschmeißt. Klar gibt es auch heftige Leute, die nichts boofen und legit spielen. Die haben halt dann eine coole Vor-Ort-Community. Benei dich. Ernsthaft. Benei dich wirklich. Es gibt nichts Besseres, als vor Ort zu sein mit anderen Leuten. Ich kenne das von früher, es ist leider nicht mehr so und dann hat man eben angefangen damit. Und dann hat man durch die Raids, durch die Fan-Raids das Feeling zurückgehabt. Dann habt ihr das Feeling einem wieder weggenommen und jetzt ist man gierig geworden, denn man war an dem Punkt, wo man gefühlt alles hatte. Nur noch ein paar Sachen, wo man gesagt hat, die hole ich mir auch noch. Jetzt, wo die Raubkatzen zurückkommen sollten, oh, ich habe damals unbedingt 200er gehabt, da gab es noch keine XL-Bonbons. Das habe ich mich gefreut, dann ganz viel wieder zu raiden, um die XL-Bonbons voll zu machen, die zu maxen, so IQ-100er Hand zu machen, weil das mir noch gefehlt hat. Ich hätte so da rein gecached, wie sonst was. Und jetzt machst du dir einen Account und es ist alles egal. Du kaufst dir kein Ticket mehr. Wenn du was verpasst, verpasst es halt. Das Leben geht weiter. Hey, die Luft ist gefühlt raus. Du investierst nichts mehr da rein. Es wird sicherlich jetzt gefühlt langweilig werden. Es wird nicht mehr das gleiche Feeling sein. Du möchtest die App aber nicht aufgeben. Du möchtest trotzdem einfach sehen, wie es sich weiterentwickelt und was noch so für Sachen reinkommt. Aber das Feuer, das große Feuer, was da war, wofür das gebrannt hat, das ist gefühlt auf einmal weg. Und die Leute freuen sich, dass das weg ist. Dass jemand jetzt keinen Umsatz mehr für Niantic generiert. Und das kann ich nicht verstehen. Deswegen wirklich Frage an die Leute, die sagen, endlich ist er gesperrt, endlich ist der Fod, endlich ist der Permaban da. Was habe ich mir das gewünscht? Was habt ihr davon? Was bringt euch das jetzt? Wie ändert sich dadurch euer Spielerlebnis? Wenn ihr rausgeht und euch mit euren Freunden trefft in eurer Stadt und einen Raid gemeinsam macht, warum ist es dafür so wichtig, dass am anderen Ende der Welt ich keinen Account mehr habe? Wieso könnt ihr nur raiden, wenn ich gesperrt bin? Wieso könnt ihr nicht sowieso für euch spielen und euer Ding machen und es ist scheißegal, was irgendwo bei anderen Leuten abgeht? Das verstehe ich nicht. Es gibt für mich keine logische Erklärung, dass das irgendwas ist. Ich will jetzt nicht schon wieder anfangen hier mit GDA, ne? GDA damals, ach, GDA gekauft, warte mal, alle Waffen, unendlich Munition. Die Leute hatten den Spaß ihres Lebens. Hat auch keiner gemeckert und gesagt, ey, du musst aber die Missionen machen, die Aufträge annehmen und wenn die Polizei dich mal verprügelt, dann ist das so. Digga, das haben die wenigsten gemacht. Digga, Alter, das haben die wenigsten gemacht. Die meisten haben einfach nur alle Waffen und endlich Munition und endlich Leben und dann sind die durch die Stadt gerannt, wochenlang, monatelang, jahrelang und haben Autos geklaut, haben jeden auf die Fresse gehauen, haben rumgeballert, rumgeschossen, haben verwüstet und gemacht mit Cheats und es war okay. Aber das ist halt, ja, da war ja nichts online, da gab es ja keine anderen, mit denen du dich dann messen kannst, wo man sagt, ich habe heute einen 100er bekommen, ich habe nur einen 98er bekommen, du Arschloch, hoffentlich wirst du gebannt. Also, ja, warum wurde ich gebannt? Weil ich zu gierig war, weil ich zu viel wollte, weil ich dann, als ich Bock hatte und es war ein langer Weg, erstmal dahin zu kommen, alles zu haben, es gab auch Events, die ich gespielt habe, wo ich gefühlt gar nichts bekommen habe und alles verpasst habe und immer wieder Leute dann kamen, ey, ich habe das, ich habe das doppelt, wenn du willst, kann ich dir eins geben, ich suche noch das, das hatte ich dann doppelt und man hat das getauscht und irgendwann war man an dem Punkt, dass man wirklich alles hatte. Was da für Tauschgeschäfte gemacht wurden, was da für Pokémon getradet wurden, das war auch richtig krass, das war auch richtig genial. Aber jedes Mal musstest du dafür wieder spufen, weil ihr hier nicht zusammen wohnt und in einer Stadt seid, dann ist halt derjenige zu dir kurz gekommen und hat mit dir getradet und das war cool. Oder du bist halt zu dem und hast getradet, das war cool. Selbst bei jedem Glücksfreund, den man kriegt oder hat, hat man sich dann halt teleportiert, um mit dem zu tauschen. Da haben, da hat jeder von profitiert. Selbst die Leute, die jetzt da aus der Community sind, die sagen, tja, ich sage dazu nichts mehr selber schuld, selbst die kamen an beim Lucky Trade und haben darum gelutscht und gesagt, boah, das fehlt mir, kann ich das haben, das will ich unbedingt. Du holst dir das, du kriegst das, die wollen das unbedingt haben, und dann gibst du denen sowas ab und dann freuen die sich, dass du nicht mehr da bist. Das ist, das kriege ich auch nicht in meine Platte rein. Schämen sollten sie sich. Schämen, der Sack müsste ihnen abfaulen, ja. Hashtag, der Sack müsste abfaulen, genau. Das ist ein komischer Hashtag, sowas schreibt man da nicht hin. Nein, aber hätte Niantic das mit den Raids so gelassen, super Sache. Hätte Niantic vielleicht den weltweiten Lucky Trade eingeführt, dass wenn du wirklich einen Glücksfreund in deiner Liste bekommst, du diesen Glückstausch über die Entfernung machen kannst, was wäre das für ein geniales Feature gewesen. Denkt doch mal nach, ihr habt so viel zusammen gemacht und so viel gelevelt und interagiert und dann werdet ihr beide glücklich und seid gleichzeitig traurig, weil ihr euch, weil ihr nicht wisst, ob ihr euch überhaupt irgendwann im Leben nochmal sehen werdet. Aber über den weltweiten Lucky Trade könnte man ja sich kommunizieren, über Campfire, über Facebook, Telegram, sonst was, hätte man einfach sagen können, ich will das, ich will das. Dann hätte man tauschen können im Glücksstatus, weltweit. Wow. Wäre doch super. Nö. Ging nicht. Mussten die Leute sich anders zu helfen wissen. Und das machen so viele. Und ich sehe wieder keinen Nachteil gegen irgendeinen, wer sagt, ja, ich muss warten. Nö, hätte das doch auch machen können. Und wenn nämlich 100% der Spieler das gemacht hätten, dann hätte Niantic vielleicht gesagt, naja, wenn das jeder macht, dann ist ja auch kein Nachteil mehr da. Ha! Das ist nämlich das. Und jetzt sind wir bei 3311 gewesen. Das ist das Wort zum Sonntag, das lasse ich jetzt mal stehen und dann hoffe ich, dass das Thema erledigt ist. Ich bin schuld, ich war zu gierig, ich wollte alles haben, ich habe den Hals nicht voll gekriegt, aber ich habe nie jemandem geschadet. Ich habe das immer für mich getan, ich habe mein Zeug gemacht, ich habe, wenn dann den Leuten geholfen, wenn jemand gefragt hat, kann mal ein Flieger vielleicht hier zu dieser Arena und kann mich da rauswerfen, damit ich meine Münzen habe. Ich schaffe sonst den Raid nachher nicht. Dann hat man einen kleinen Account genommen, ist da hingeflogen und hat den da rausgewühlt. Und dann war der dankbar und das hat gepasst. So. Und der Rest sollte mal drüber nachdenken, wieso er eigentlich ein Problem damit hat, wenn jemand so spielt, wie es ihm Spaß macht und sich nicht ganz an die Regeln hält. Und das wirklich mal mit anderen Spielen vergleichen, ob ihr euch immer an die Regeln haltet oder ob ihr einfach sagt, du machst es so, wie es dir passt. So. Das Thema ist vom Tisch. Wie gesagt, ich finde es schade, wenn der Main wieder da wäre, würde ich mich total freuen. Ich glaube nicht dran, weil die sagen halt einfach, nee, du hast irgendwas gemacht, aber wir können ja gar nicht sagen, was. Ist auch wieder eine gute Aussage. Und... Dann gibt es von mir halt keinen Cent mehr. Gar nichts. Ich habe gerne mein Geld rein investiert. Heißt für mich jetzt einfach mehr Geld. Für was? Muss ich Fortnite zocken, Geld ausgeben. Nein, aber... Von mir gibt es jetzt keinen Cent mehr. Wenn der Yannick möchte, dass alle einfach nur noch auf Free-to-Play umsteigen, dann bitteschön. Wenn ihr als aktive Spieler wollt, dass keiner mehr was investiert, dann bitteschön. Dann drückt weiter die Daumen, dass alle wegfliegen und dann keinen Bock mehr haben. Und dann ist die App irgendwann tot und keine Ahnung. Ja, nein, komisches Thema. Ja, sinnlos. Das war jetzt das letzte Video zu dem Thema erstmal. Ich hoffe, jetzt wisst ihr, warum der weg ist. Ich habe trotzdem noch vier oder fünf Videos von meinem alten Account, die ich aufgenommen hatte, die ich demnächst rausbringen muss. Und dann geht es halt wirklich mit dem Habanero weiter, dass ihr dann genau seht, wie sich die Reise jetzt weiter so gibt, auf dem ich kein Geld bezahlen werde, nichts kaufen werde. Wenn mir jemand ein C-Day-Ticket mal schenkt als Freund, damit ich den C-Day spielen kann, soll mit Forschung, das ist okay. Aber wenn mir jemand spendet für den Account, ich werde das nicht für den Account nehmen. Wenn mir jemand Google Play-Guthaben schickt, Karte irgendwas, ich werde das nicht da benehmen. Nicht. Nein. Danke. Peace out Vorhaut, euer Ramses und schönen Sonntag noch. Ciao.